Hey Lemmy, schon mal was von Karnikult gehört? Hä? Was interessiert dich Karnikult? Du bist weder Kult noch ein Hund. Ja, danke schön. Ich bilde mich aber weiter, damit du kein Hundeleben hast. Was gibt es denn für tolle Infos bei Karnikult? Zum Beispiel, dass du ein Kulturgut bist. Ich wusste schon immer, dass ich etwas Besonderes bin. Und wie wertvoll du für uns Menschen bist. Weiter, weiter. Gib mir mehr davon. Weißt du, dass es ohne Hunde wahrscheinlich gar keine Kultur geben würde? Das ist so unfair. Jetzt willst du mich für den Mist verantwortlich machen, den die Wendlers und Pochers dieser Welt von sich geben. Hey, ich rede über Kultur. Ach, ist ja auch egal. Ich wollte nur sagen, Karnikult berichtet über alles, was im Zusammenleben von Mensch und Hund wichtig ist. Verstehe. Dann geht es bei Karnikult also darum, dass du dich im Bett immer viel zu breit machst. Was? Nein. Und auch nicht darum, dass du mir immer die Leberwurst wegfrisst. Sondern? Na, um das Neueste aus Wissenschaft und Forschung. Um Tipps und Tricks für die Hundeerziehung. Gibt es auch Tipps, wie man seinen Leinenhalter dazu bringt, länger spazieren zu gehen? Es gibt viele Beiträge, von denen ihr profitiert. Zum Beispiel? Wie gute Hundehaltung geht oder Hundezucht. Geil. Hundepornos, heiße Stunden im Zwingerclub, hihihi. Zu viel Information. Ich schaue mir lieber bei Karnikult etwas über Hundesport an. Gute Idee. Rastige Hundedamen beim Dogdance. Lass uns nach Hause gehen und den Computer anschmeißen. Gute Idee. Rastige Hundedamen beim Dogdance.